ok jetzt geht's los darauf erst mal eine cola das erst am trade und wenn da hinten so zwei streiten hochkommen ist das mcdonalds ist dieser kolomani ja ja herrnandes klick mal drauf vielleicht kann sie den anderen spieler ok stoß ab speichern jetzt geht es um es eingemacht nein der bohrkarte kai havertz skip oh den kannst ja transuell ist einfach und dieses stern und doch die auch das was ja 38 egal und jetzt mit deiner der was wert ist rm wer könnte das sein die vereinswappen abstoßen genau deswegen deswegen ist geil abstoßen 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 das auch und das war's deswegen das ist geil also beim neuen fifa ist schon gut also das war's